Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, momentan traden wir bei ungefähr 38.600 US-Dollar. Gestern im Livestream erstmal vielen, vielen Dank, war wieder ein super Livestream, hat richtig Bock gemacht. Haben wir noch drüber gesprochen, diese ganze Bewegung, ob die jetzt wirklich nachhaltig ist, da waren wir aber auch noch bei 36.500 US-Dollar circa. Dann kam dieser Short-Squeeze, danke für, ich weiß jetzt nicht mal wer es gestern in die Gruppe gepostet hat, aber dieser Pump, der dann bis über 40.000 US-Dollar ging, war an sich ein Short-Squeeze. Haben wir auch Screenshots davon bekommen. Wir wurden dann auch direkt hier oben an diesem Monats-Pivot, am 200er SMA und an dieser kleinen Supply-Zone hier nochmal hart rejected. Also TA-mäßig passt das sogar relativ gut, diese Widerstände. Wir haben jetzt den Dump gefüllt, wir haben den Russland-Dump gefüllt. Momentan sieht es erstmal ganz gut aus. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Volumen reingekriegt, klar lag an diesem Short-Squeeze, der ausgelöst wurde. Jetzt wird es natürlich interessant. Wie gesagt, momentan 38.600 US-Dollar, wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir behalten dieses Volumen, wir behalten diese bullische Stimmung, weil auch die Aktienmärkte deutlich nach oben gesprungen sind gestern noch. Also Portfolio an sich sah gestern nach dem, was eigentlich passiert ist, nicht schlecht aus. Entweder wir sehen jetzt hier nochmal einen Retest, aber diesmal einen wirklichen Retest von unserem Falling, Broadening Wedge. Dann aber auch einen voluminösen Bounce und dann müssen wir über diesen Monats-Priot, weil man sieht, klar, wir hatten gestern dann doch nochmal einen deutlichen Crash, in Anführungszeichen, von knapp 2000 Dollar nach unten. Also die Candle hat dann doch nochmal nicht so gut geschlossen. Auf dem Daily sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Auf dem 4-Stunden-Chart nicht so eine schöne Candle, sage ich jetzt mal. Ansonsten, Retest wäre möglich oder wenn wir jetzt in die kleineren Timeframes mal reingehen, vor allem in den 1-Stunden-Chart, sehen wir, wir haben jetzt hier, wo wir diesen krassen Pump nach oben hin hatten, wieder einen ineffizienten Move eigentlich. Also ohne Pause, direkt nach oben gesprungen. Wird jetzt auf jeden Fall interessant, wir konsolidieren jetzt hier. Aber auch der RSI ist auf relativ hohem Niveau. Volumen nimmt langsam wieder ab, deutet erstmal darauf hin, dass wir erstmal einen Move sehen könnten. Wir haben jetzt hier unten noch eine kleine 1-Stunden-Demand-Zone, die würde auch perfekt reinpassen. Würde meines Erachtens sogar noch als Retest durchgehen, weil wir haben unsere Neckline bei ungefähr, ich sag mal, 37.000 US-Dollar. Jetzt momentan ein Move in die 36.000 US-Dollar wäre vielleicht nicht verkehrt, um dieses kleine Void hier, beziehungsweise diesen krassen, ineffizienten Move, um es mal so ehrlich zu sagen, nochmal zu füllen. In die 36k rein, Move nach oben, dann über den Monats-Pivot und dann vielleicht ein bisschen hier oben konsolidieren erstmal und dann haben wir schon wieder Wochenende. Das heißt, Wochenende sowieso immer ein bisschen besser aufpassen, weil die Kurse doch schneller manipuliert werden können. Die News im Auge behalten, passiert jetzt noch irgendwas. Biden hat gestern etwas für Ruhe gesorgt, sag ich mal, im Livestream. Will nicht in die Ukraine einmarschieren oder sonstige Sanktionen. Sind auch momentan nicht so hart. Dann gibt es ja noch Gerüchte, Russland mit Bitcoin und sowas. Also da spielt momentan vieles mit rein. Aber trotzdem, Seitenlinie momentan eher. Ich hatte gestern noch diesen Long, den habe ich jetzt mittlerweile zugemacht. Einfach waren wir dann doch ein bisschen zu heikel. Man soll ja nicht übermütig werden. Mein Plan ist erstmal 36k im Auge behalten, Retest im Auge behalten. Dann eventuell nochmal eine neue Long-Position eröffnen. Ansonsten sieht es nicht verkehrt aus, solange wir uns in diesem Level halten und nachhaltig über diesen Monats-Pivot rüberkommen. Weil wir dann die Abwärtsstruktur erstmal gebrochen hätten. Wir haben jetzt erstmal das hoch rausgenommen. Erstmal ein gutes Zeichen. Wir sind immer noch in einem höheren Tief momentan. Also wir haben dieses Low hier drüben nicht unterboten. Schon mal wichtig, um diese Aufwärtsstruktur am Laufen zu halten. Wir hätten jetzt theoretisch einen schönen doppelten Boden. Dafür gehen wir aber ganz kurz in den Daily-Chart rein. Sieht eigentlich alles auf Tagessicht nicht so verkehrt aus. Ihr seht es hier. Schöner doppelter Boden. Wicked nochmal in diese 8 Stunden die Mahnzone da unten hin rein. Wir haben dieses Low nicht rausgenommen. Wichtig, extrem wichtig. Kein tieferes Tief zu bilden. Übergeordnete Struktur ist weiterhin Bullish. Auf den größeren Timerams. Auf den kleineren Timerams hätten wir jetzt erstmal einen schönen doppelten Boden. Zumindest vorübergehend. Dafür müssen wir jetzt natürlich hier erstmal auch die Wände schaffen. Über den Pivot. Den vielleicht nochmal bestätigen. Und dann hier oben die Neckline bei ungefähr 45.000 durchbrechen. Ist jetzt erstmal Zukunftsmelodie. Macht euch einfach jetzt nicht so 100% nicht drauf safe, dass das passiert. Weil ihr seht auch hier oben die Daily-Email-Ribbons lagen auch hier genau in dieser Zone drin. Wo wir rejected worden sind. Also da kam eine Menge, Menge Konfluenz in diesem Bereich zusammen. Wird jetzt interessant, ob wir hier wirklich genug wieder Schwung reinkriegen, um diese Zone rauszunehmen. Die Gegenreaktion war da. Das heißt, viel Liquidität ist schon mal aus diesem Bereich rausgenommen. Neue Short-Positionen wurden aufgemacht. Wird sich jetzt übers Wochenende, wird ein interessantes Wochenende. Beziehungsweise auch noch ein interessanter Freitag, wie es weitergeht. Wie gesagt, Retest 36k ist nicht ausgeschlossen. Ansonsten vielleicht hier eine kleinere Position eröffnen beim möglichen Retest. Wobei der RSI im 1-Stunden-Chart relativ hoch ist. Also ich tippe da eher so auf die 36.000 US-Dollar. Ansonsten beobachten wir Telegram-Gruppe, halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum relativ gleiches Spiel. Zumindest auf dem Daily-Chart. Auch hier die Daily-Candle wurde zwar krass aufgekauft, aber ziemliche Unentschlossenheit, was diese Candle ausdrückt. Wir haben Wig von oben, wir haben Wig von unten. Also relativ mittig. Wir halten uns über den Golden Pocket. Auch hier auf Daily-Basis. Wir sind zwar ins 0786er reingedippt, haben aber auf Daily-Basis es nicht unter das Golden Pocket geschafft. Also auch schon mal ein gutes Zeichen. Golden Pocket hält auf Daily-Sicht. Erst einmal Stand. Ansonsten gehen wir jetzt mal ganz kurz in die kleineren Timeframes. Ich will euch jetzt hier nicht mit dem Daily nerven. Short-Term wird interessant. Auch hier doppelter Boden. Jetzt auf jeden Fall drin. Auch wenn auch hier nochmal ein kleiner Rücksetzer im Bereich des Möglichen ist, nachdem wir uns momentan um das Golden Pocket hier ganz gut halten. Dann wäre auch hier ein Rücksetzer in dem Bereich, um diesen Move, um diesen schnellen Move nach oben in relativ kurzer Zeit aufzufüllen. In dem Bereich von 2475 bis 2440 auf jeden Fall drin. Nochmal eine kurze Erholung hier unten rein. Neue Liquidität holen und dann nachhaltig hier diese Trendfortsetzung fortsetzen. Ansonsten gefallen mir die Märkte momentan zumindest relativ gut. Man sieht es aber auch hier. Ethereum an dem 4-Stunden-Email-Ribbon, an dem letzten Ribbon hier oben. Rejected worden. 200er SMA kommt hier noch. Also wir brauchen hier über das Wochenende eine Menge, Menge Volumen bzw. eine Menge Kraft, um diese Bereiche durchzukommen. Ansonsten sollten wir einen Gap über uns bilden. Wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, dann nochmal ein Retest hier in dieser Area zu sehen, solange wir kein tieferes Tief bilden. Übergeordnet ist die Struktur weiterhin Bullish. Haben wir aber schon die ganze Zeit immer wieder angesprochen. Gut, schauen wir uns Cardano an. Die Altcoins generell momentan, wo haben wir die Bitcoin-Dominance? Hier bei 43,20%. Hat wieder deutlich zugenommen seit gestern, nachdem Bitcoin dann diesen Short-Squeeze gemacht hat. Die Altcoins, wir hatten es auch hier gestern besprochen, Bullish-Divergence, überall daraufhin kam die Reaktion. Das hat für mich jetzt erstmal ausgespielt. Auch hier war wichtig, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Interessant wird jetzt, ob Bitcoin sich jetzt wieder ein bisschen abkoppeln kann von den Altcoins momentan, weil die Altcoins einigermaßen noch verhalten reagiert haben. Also wir sehen zwar hier auch bei Cardano und Pump, der aber rasch aufgekauft wurde und die 4-Stunden-Candle nicht so geil aussieht wie bei Bitcoin. Aber Volumen ist auf jeden Fall im Markt erstmal ein gutes Zeichen, dass Leute hier auch wirklich kaufen. Wichtig hier nachhaltig, dass wir unser letztes Hoch rausnehmen, auf den kleineren Timeframes zumindest. Wir können auch mal gucken, wo wir hier rejected worden sind. Auch hier, wir haben es nicht über das Golden Pocket geschafft von dieser kleinen Abwärtsbewegung. Also nehmt es nicht zu hoch, aber es gibt zumindest einen kleinen Richtwert, wo es zumindest vorübergehend hingehen könnte. Also der Bereich hier um 0,89$ ist auf jeden Fall interessant bei Cardano. Gut, dann, was schauen wir uns noch an? Ich bin jetzt gerade voll raus. Solana, auch hier gestern drüber gesprochen, Bullish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. 4 Stunden E-Mail-Ribbons wurden auch hier direkt an dieser 4-Stunden-Supply rejected. Haben wir auch gestern im Livestream angesprochen. Die Zone wird interessant, wir sind genau reingekommen. Erste Gegenreaktion in die E-Mail-Ribbons, die momentan ein bisschen Unterstützung geben. Volumen abfallend. RSI auf den größeren Time-Frame sieht eigentlich noch relativ gut aus. Hier wird es halt jetzt interessant, schaffen wir es über die Supply und dann über unseren Mega-Downtrend. Hier liegt auch der 200er SMA und der 200er EMA. Also hier kommen eine Menge wichtige Widerstände zusammen, die wir dann erst einmal durchbrechen müssen. Ansonsten sollte das Wochenende nicht wie oft fallen, ist auch nochmal ein Retest in die 70er-Region, also 77 US-Dollar möglich. Bevor wir dann vielleicht nächste Woche mit bullischen Content, sage ich mal, beziehungsweise nicht dramatischeren News vielleicht ausbrechen könnten. Gut, schauen wir uns XRP noch an. XRP, gleiches Spiel, Bullish Divergence. Wir sind hier über unseren ehemaligen Widerstandsbereich bekommen. Erstmal ganz gut. Auch hier ein ineffizienter Move auf dem 4-Stunden-Chart. Wir haben dafür aber den Russland-Dump wieder aufgefüllt, also da muss man immer ein bisschen aufpassen. 4 Stunden, 200er SMA rejected. Gute Short-Möglichkeit, by the way. RSI, relativ neutral. Also da wäre es jetzt interessant, ob wir genug Luft kriegen, um hier nochmal in diesen Bereich hier wieder reinzukommen. Zwischen 0,75. Die Wale kaufen anscheinend. Hat vorhin auch erst jemand wieder in die Gruppe geschrieben. Volumen, absolut genial. Also wir kriegen hier Volumen rein. Wir hatten eigentlich einen perfekten Retest, um mal ehrlich zu sein, von unserem Downtrend hier unten nochmal. Also je nachdem, wie man die Linie zieht, man kann jetzt wirklich sagen, perfekter Retest hier auf unseren ehemaligen Downtrend-Ausbruch. Mit ansteigendem Volumen, Retest und dann beim Retest ansteigendes Volumen. Sowas wollen wir sehen. Kein Seitwärts-Ausbruch ist nicht gut. Dafür brauchen wir jetzt aber natürlich noch ein bisschen mehr Schwung nach oben. Gut, schauen wir uns Luna an, weil Luna kennt kein Halten mehr. Also diese Zone hier unten für jeden, der gekauft hat, hier in dieser Zone unten, Respekt, herzlichen Glückwunsch dazu. Also wir haben es hier ohne Probleme über diesen Monats-Pivot geschafft mit ansteigendem Volumen. Also Luna hat richtig Bock. Wir haben die Bearish Divergence hier rausgenommen. Höheres Hoch, höheres Hoch im RSI momentan. Wichtig wird jetzt hier für mich diese Zone in diesem Bereich um 70 US-Dollar. Man sieht es hier, hier sind wir auch schon mittendrin. Hier hatten wir unser letztes Hoch. Nehmen wir dieses Hoch raus, haben wir übergeordnet. Erstmal wieder einen schönen Abtrend gebildet, weil das letzte Hoch rausgenommen wurde. Aber auch dann müssen wir, wie bei Bitcoin, aufpassen. Wir haben hier diesen ineffizienten Move bei Luna. Heißt, krasser Pump nach ohne, ohne wirkliche Zwischenpause. Wir können das im 1-Stunden-Chart mal angucken. Also hier waren wirklich nicht viele Pausen dazwischen. Aber trotzdem eine Möglichkeit, zumindest hier, dass wir in diesen Bereich hier nochmal fallen, bei ungefähr 58 US-Dollar. Oder, um in die größeren Timeframes zu gehen, in den 4-Stunden-Chart. Sogar hier unten in den 52er-Bereich. Also haltet diese Grenzen hier mal ein Auge. 200er SMA liegt hier im Bereich der 58 US-Dollar. 200er EMA und die 4-Stunden-Email-Ribbons. Ein Move nach unten, einfach um nochmal ein bisschen zu konsolidieren. Wäre nicht verkehrt, um dann die Trendbewegung nach oben hin fortzusetzen. Gut, schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Jetzt habe ich genug gequatscht, genug Charts für heute. Relativ langes Video. Dogeburger statt Big Mac. Das ist die News. Das ist die News, die wir immer hören wollten. Jeder, keiner will mehr ein Big Mac. Jeder will jetzt einen Dogeburger. Also wer Bock hat, holt euch einen Dogeburger. Wer den Artikel lesen will, ich schicke ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Um mich zu unterstützen, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns vielleicht sogar, also auf jeden Fall morgen wieder. Vielleicht mache ich am Wochenende nochmal einen spontanen Stream. Wer Bock hat, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, wir haben Bock auf Stream. Dann machen wir das. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Und wie immer, stay crypto.